Wir zeichnen jetzt die Ansprache vom Herrn Bundesrat Schneider-Ammann zum Tag der Kranken auf. Und zwar in drei Landersprachen. Herr Bundesrat, Sie bleiben einfach auf dieser Markierung stehen. Den Hintergrund projettieren wir später. Sie sind offenbar bereit, Herr Schneider-Ammann. Dann fangen wir doch mit Französisch an. Und ... Action! Stopp! Herr Bundesrat, für eine Ansprache zum Tag der Kranken müssen Sie nicht selber aussehen wie ein Malade. Probieren Sie es mal auf Italienisch. Das gibt vielleicht ein bisschen mehr Leben. Und, bitte. Cari malati, cari congiunti, amici e conoscenti di malati. Nein, halt! Sie müssen deutlich machen, was Sie hier sagen. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Das steht zu dem, was ich gesagt habe. Ja, 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 klar. Aber denken Sie daran, Sie wollen über den Humor als heilende Wirkung reden. Wie heisst der Satz? Lachen ist gesund, sagt der Volksmund. Genau, aber Ihren Mund sagt das nicht. Schauen Sie sich ein bisschen lockerer. Zaubern Sie sich ... Ein Lächeln ins Gesicht. Perfekt. Gute Idee. Aber wir müssen mit meinem Background arbeiten. Ja, lass schnell. Ein paar Vorschläge. Und dieser hier. Lachen Sie etwas? Nico? Nein, nein. Nein, der hat noch ... Oh! Nein, nein, nein. Wir bleiben bei diesem Bild. Sonst wird der Hintergrund spannender als der Bundesrat. Aber Springbrunnen starten, bitte! Soll ich den Automat auch starten? Welcher Automat? Der Sprechautomat. Das ist der Bundespräsidenten-Double. Wir machen weiter auf Französisch. Und Action! Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'experience. Est encore à savoir pourquoi, Henri. Sich über jemanden lustig machen, zynisch sein, das ist kein gutes Lachen. Jetzt sind Sie doch nicht so empfindlich, Herr Bundesrat. Und das heisst zynisch, nicht zynisch. Okay, wir werden nicht mehr lachen, nur noch applaudieren. Ich brauche nicht den Applaus von irgendjemandem, sondern ich brauche die, die es betrifft. Richtig. Und wer betrifft es bei dieser Ansprache? Deppichs und Malade. Genau. Und rekapitulieren wir noch mal, was genau Ihre Ansprache auslösen sollte, bitte. Clown-Auftritte z.B. bei Menschen mit Demenz lösen echte Freude aus. Jawohl. Machen wir weiter auf Italienisch. Beim nächsten Satz werden wir auf dem Screen hinter Ihnen ein paar Pflegerinnen zur Belebung durchlaufen. Wenn die hinter Ihrem Nacken sind, werden sie es vielleicht spüren, aber lassen sie sich nicht irritieren. Und Action! Et alvolta può concludersi anche con la morte. Non scordiamo eccelo. Halt! Das hat sie jetzt doch irritiert. Wollen wir es gleich wiederholen? Ich lasse mich davon nicht mehr irritieren. War das jetzt ein Stinkfinger? Wie man ihn sich bewegt? Okay, Schluss für heute. Letztlich droht jedem von uns der Abschied. Nutzen wir aber die Zeit. Wir haben aber keine Zeit mehr. Arbeitsschluss, Herr Bundespräsident. Aber wir lassen die Kamera laufen. Machen Sie nur weiter. Am besten auf Französisch. Wegen Humor. Die Gemeinheiten musste ich mir jetzt etwa je gefallen lassen. Das gehört offenbar zum Spiel. Und dann geht's mit dem Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017